Herzlich Willkommen Babys bei 16bars. Ich bin heute hier mit meinen Gangsters AZ und Suna. Was geht ab? Wir sind hier mit Marvin Games to the Aims. Geht's euch gut, Jungs? Ich hätte gut hergekommen. Ja, Bruder, korrekt. Ihr seid sehr, sehr viel unterwegs in letzter Zeit, ne? Bruder, ja, wir sind jetzt gerade ein bisschen unterwegs, auch gerade ein bisschen, die ganze Zeit hier und da und dort und hin und her, Bruder, es ist auch ein bisschen neu für uns. Aber alles cool, Bruder, wir sind dankbar. Ihr seid ein bisschen aus dem Boden gestampft gekommen, oder? Ihr wart auf einmal da, vom Gefühl her. Ja, Bruder, Gott sei Dank. Ich hab ein bisschen nachgeguckt, von dir hab ich schon ältere Sachen gefunden und so. Da läuft schon eine Weile, aber jetzt auf einmal kam KMN überall, oder? Bruder, ja, das fing halt an, seit Januar ging das alles ein bisschen bergauf. So, Gott sei Dank. Die Leute haben Bock, so. Die haben Bock auf den Scheiß und, Alter, wenn die Bock haben, dann kriegen die auch den Scheiß. Trinkt Wasser. Ja, Mann, komm, wir trinken erstmal alle Wasser. Trinkt erstmal alle Wasser. Bruder, Bruder, seitdem du mir gesagt hast, ich soll Wasser trinken, ich trinke nur noch Wasser, Bruder. Bitteschön, ja, ich bin froh, dass die Leute verstehen, wie das ist. Trink Wasser. Das ist auf jeden Fall Marvin Games Bewegung. Wir wären ja nicht hier in der Hotbox, wenn wir hier nicht fette Joints unboxen würden. Bruder, Bruder, gib ihn. Bruder, Bruder. Wofür steht KMN? KMN. Bruder, das wird erstmal ein Geheimnis bleiben. Bruder, wofür der Name steht so, die Leute sind die ganze Zeit so am spekulieren, was das heißt, also was KMN ausgeschrieben heißt und so. Gibt es keine offizielle Bedeutung oder was? Bruder, es gibt eine offizielle Bedeutung, aber die behalten wir uns noch so ein bisschen auf. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Was heißt das? Ich glaube, ich habe sie im Internet gefunden. Komm, komm, wenn du sie gefunden hast, sag sie nicht. Nicht sagen oder sagen. Sag, sag, sag. Ist KISS meine Nikes noch aktuell? Bruder, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Kann man halt nicht. Kann sein, muss aber nicht. Kann man nie. Ist auch KMN. Kann man nie wissen. Genau. Kann man nie wissen. Nee, voll nie. Killer. Aber Zuna, du hast eine EP rausgebracht dieses Jahr. Yeah. Planet Zuna? Nein, nein, Mixed. Das war Planet Zuna. Und danach Richtung Paradies. Sorry, Deckard. Richtung Paradies war alles neu. Sehr schön. Ich habe mir die Videos angeguckt. Sehr futuristisch alles. Sehr neu. Woher kommt es, dass ihr es so krass versteht? Was denn? Also meinst du den Stil, oder? Ja. Ihr seid sehr, sehr fortschrittlich, was die Stilistik angeht in eurer Musik. Bruder, die Sache ist, wir haben einen Beat angemacht. Weißt du, ich meine? Ja. Und wir sind mit dem Beat gegangen. Weißt du? Okay. Genau, aber Digga, genau so hört sich an. Ist so, Digga. Ich setze mich nicht hin und überlege mir so, Alter, was mache ich jetzt? Ich muss so was Neues, Futuristisches machen, weil das gerade angesagt ist. Klar, Digga, genieß Weintrauben, Bären und so überall. Alter, Digga, ihr werdet mich ficken, Bruder. Ich werde probieren gesundes Essen zu representen. Isst Weintrauben, esst Weintrauben. Esst Weintrauben und esst Koala-Bären auf jeden Fall. Das Ding ist, bei Richtung Paradies, ich war eine Zeit lang weg kurz, bin ich gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Okay, wo warst du? Bruder, ich war in Thailand. Okay. Wir haben deine Druckerei aufgemacht. Genau, ja. Und dann habe ich ein bisschen Zeit verbracht. Ich wollte eigentlich gar nicht wiederkommen. Irgendwann bin ich wiedergekommen. Gezogen der Wahnsinn. Und dann bin ich ins Studio gegangen und er hat mir original keinen einzigen Song gezeigt. Er hat das Ganze komplett abmischen und mastern lassen. Dann war ich im Studio, habe mir die Songs gegeben und habe ihn danach auch gefragt, wie die entstanden sind. Weißt du, weil mich das interessiert hat? Er guckt mich so an und sagt Bruder. Sag Bruder. 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 Und das war's. Und das war's. Dann habe ich ihn verstanden. Und er hat seinen komplett eigenen Film draufgefahren. Auch Rap-mäßig komplett was Neues auf die Beine gestellt. Gerade mit den Melodien. Sehr schön, Mann. Das hat bisher in Deutschland gefehlt, so die letzten Jahre. So langsam habe ich das Gefühl, immer mehr Leute checken, immer mehr Leute verstehen, dass Rap ein bisschen mehr sein kann als ein 16er und alle Arme hoch. Und machen wir so. Wir versuchen halt ein bisschen, nicht nur Rap zu machen. Musik. Genau, Mann. Finde ich schön, Dicker. Den Ansatz. Bruder, hier gehen keine Fenster auf, ne? Nein, nein. Geht nicht, Dicker. Du musst Plastify werden auf meinen Nacken. Alter. Dann gib mir direkt Tor, Bruder. Nee, Dicker. Und bei dir geht's jetzt los mit EP? Ja, ja. Es geht auch mit Russen los jetzt, ja. Bruder. Fast Life. Ja, Bruder. Fast Life geht jetzt los. Hast du schon eine EP draußen? Oder irgendwas draußen? Ich kenne nur die Videos. Bruder, nein. Ähm. So EP-mäßig, also Musik-mäßig, jetzt irgendein Projekt, was ich draußen hatte, hatte ich noch nicht. Also hab ich bis jetzt noch nicht. Hm. Als ich vom Urlaub wieder zurückgekommen bin. Bruder, ihr fickt mich, Alter. Als ich vom Urlaub wieder zurückgekommen bin, Bruder. Ihr müsst wissen, ihr müsst wissen, er raucht gar nicht. Null. Kein Problem, Bruder. Ich hab das letzte Mal im Studio auch passiv bekommen. Killer. Nein, ich bin auf jeden Fall aus dem Urlaub zurückgekommen. Die Jungs meinten, du musst jetzt unbedingt was machen. Und, äh, die sagen zu mir, Bruder, du musst ein Album jetzt bringen. Und, äh, aus dem Album wurde dann mixtape. Aus dem mixtape wurde dann EP. So. Aber weil ich einfach, äh, äh, nie wirklich im Studio war. Ich hab da irgendwie so ein, äh, wir haben uns da auf irgendeinen Termin geeinigt. Mhm. Und nach dem Urlaub war ich dann die ganze Zeit mit den Jungs, die ganze Zeit unterwegs. Hier, da, dort. Bis dann auf einmal so zwei Wochen vom Termin, äh, dann, äh, ich im Studio war. Und ich war noch nicht mal ins Studio gegangen. Die Jungs haben mich ins Studio gerufen, haben gesagt, ey Bruder, guck mal, wie sieht's aus, Alter. Wir haben jetzt noch zwei Wochen. Äh, lasst uns mal jetzt hier, äh, äh, hast du jetzt schon was geschrieben? Ich hab denen immer gesagt, ja Bruder, ich hab jetzt gerade ungefähr 20 Songs oder so. Ich hab ungenal keinen einzigen Song gehabt. Weißt du, auf diese Filme einfach verschieben? Ich hab noch nicht mal die Beats gepickt. Ich hab noch nicht mal Beats gehabt. Ich hab ein Beat gehabt, so, auf den hab ich einen Part geschrieben, aufgenommen, das war's. Ja. Und dann hab ich gesagt, ja, 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 ich bin jetzt die nächsten zwei Wochen im Studio, so, und dann, ähm, sortier ich mal aus, welchen Song ich nehme und so. Von den 20. Ja. Und dann hab ich zwei Wochen das Ding gekickt, weißt du? Einfach einmal durchgezogen. Zwei Wochen, Bruder, ich war von frühs bis abends im Studio. Von frühs bis abends, dort bis sechs Uhr morgens, sieben Uhr morgens, zwei Stunden geschlafen, wieder aufgestanden, wieder. So ist doch auch am schönsten, oder? Also, wenn man so richtig in den Film reingehen kann und sich keinen Kopf um was anderes machen muss für kurze Zeit. Deswegen, deswegen hab ich das dann auch so hart durchgezogen. Gezwungen, gezwungenermaßen so, weißt du? Aber weißt du, wenn man sich dazu zwingen muss, dann ist doch nicht schlimm, wenn am Ende das Produkt, was dabei rauskommt, voll geil ist. Ja, weißt du, guck mal, ja, es gibt, jeder, jeder hat eine andere Arbeitsweise. Ja, das sowieso. Weißt du, ich meine. So, AZ funktioniert auf jeden Fall so, wenn, eine Woche. Eine Woche vom Release. Dann setzt er sich hin und schreibt auch alles. Und dann die Müscher und Produzenten werden alle Kopfgefickt auf. Ey, du musst die jetzt fertig machen. Wir haben das Release. Ich weiß nicht, was haben wir unseren Produzenten immer gemacht. Schöne Grüße an JK. JK. Ich hab dich auseinandergenommen, Bruder. Ich hab dich auseinandergenommen. So, guck. Wir sind im Studio, und der ist gerade am Abmischen. Da gibt es halt so Textpassagen mit Autotune. Und er guckt ihn an. Er macht irgendwas, er macht seine Magic. Wir sagen immer, er macht seine Magic drüber. So, er guckt ihn an. Er kriegt das nicht hin, wie er es will. Und dann sagt er so. Ey, JK, Alter. Mach mal jetzt irgendwas. Und dann guckt er einfach nur noch zurück zu mir. Und er geht immer zu mir. Petzen. Das hat er in die Abmischen. Bruder, ich bin gerade die letzten Songs so. Bruder, ich bin so ein behinderter Mensch im Studio. Und du hast mich gesehen. Wenn ich am Aufnehmen bin und rausgehe aus der Buf, so. Buf oder? Heißt Buf, ne? Buf oder Buf. Alter, Buf, Buf. Du schädelst gerade, Bruder. Alter. Auf jeden Fall. Wenn ich rauskomme aus der Buf dort, dann will ich, dass das komplett schon gemastert ist. Komplett schon fertig gemastert. Ich habe schon die Details im Kopf, wie das gemastert werden soll. Und er so, Bruder, ich mach gerade, ich mach gerade. Ich so, mach mal, Bruder, mach. Das musst du dich mal gewöhnen, Digga. Mach mal jetzt irgendwas, Digga. Mach mal, dass das jetzt so klingt, wie ich das in meinem Kopf habe. Weißt du, was ich meine? Ich habe sein Leben gefreut, Digga. Ich habe sein Leben gefreut, Digga. Und das in einer Woche? Er musste das in einer Woche abmischen? Okay. In einer Woche, Digga. In einer Woche musste er das abmischen? Ja, aber es ist alles gut gelaufen, Digga. Mhm. Aber... Jetzt hast du das was, oder? Du hast auch dabei. Ja, Bruder. Komm, mach mal jetzt Saga. Komm, machen wir zusammen. Epi, Epi ist Bombe geworden, Digga. Was soll ich dir sagen? Ich will schon hoch wie rein, Bruder. Bruder, ich hau jetzt erstmal meinen Lieblingssong rein. Oh, nein, Bruder. Also, was ich übertrieben feiere vom Fast Live. Schöne Grüße auf jeden Fall an der Stelle an Nico. Nico Nuevo, Alter. Der ist auf meinem Epi mit drauf, Bruder. Check den ab. Da hat eine perverse Stimme. Ich grüße dich. Brutale Stimme, Alter. Bester Mensch. Ein Killer-Typ. Warte mal kurz. Und von dem wird auf jeden Fall in Zukunft noch sehr viel kommen und auch mit uns zusammen. Killer, Alter. Das ist mein Lieblingslied, Bruder. Das ist mein Lieblingslied auf der ganzen Epi. Das meinst du auch, habe ich ihm auch gesagt, Bruder. Ja. Familie kaputt, das Schicksal zwar uns in die Knie, doch hab' den Glauben nie verloren. Wallach, ich stumper dich. Der Bruder kommt Glück, lila Scheine im Kissen. Mamser Gott gib, du hast sie nie mit Steinen beschmissen. Ich hab' geschworen, ich höre auf, weiter zu denken. Alles eine Frage von Respekt, Stolz, Ehre. Denn mit den Jungs waren die Zeiten Gold mit der Knie. Du darfst vergessen, auf deinem Teller essen mit den Fingern deine Gang. Zehn Männer, die sich kennen schon als Kinder. Und hältst du deine Fresse, kommst du raus aus der U-Haft. Weiter geht's, kleine Staffel, laufende Umsatz. Es geht ums ganz große Geld, ganz große Geld. Ich fick' ein Stück, fick' die Welt. La, 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 la. Kein Wort vor dem Richter von mir, la, 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 la. Kein Wort vor dem Richter von mir, la, 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 la. Ich hab' geguckt mit dem Beep, Dika. Viele Grüße an der Stelle. Für dich fett, Dika. Eure Songs sind aber sehr, sehr dagegen geladen. Danke, Bruder. Ist doch live bestimmt krass, oder? Bruder. Ich glaube, wenn wir den Song haben schon die meisten gehört, aber gib ihn, Bruder. Das ist doch die Familie. Ja, die Familie. Ja, die Familie. Richtig. 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 Ich mach das, was getan werden muss für die Familie. Ich geh bei Fick auf 10 Jahre Knast für die Familie. Bin der Wolle nicht nack, wisch die Träne weg, Mama. Wege den Status, bin Kriminell, Mama. Betäube den Schmerz, flott den Plan Marihuana. Verschieben die Drogen im Rapid-Reno. Kristall, 5.30 Uhr, das Kilo, Besturz, Geld erpresst. Erzähl nix von Talam. Der Satan ist König im Ghetto. Mich schützt das Auge von Nasa. Gegen das Auge von Illu. Milch, Milch. Die Junkies von Milch. Ich lieb ihnen das Milch. Wo ist dein Benzer? Komm, lass mal deinen Film. Gekauf mal dein Ticket. Keine Liebe, mein Herzcheck für Lila. Ich schwöre, ich drück ab. Mein Bruder sagt Killen. Vergib mir Gott her auf die Knie. Ich will auch noch entfernen. Ich nur weiter vom Himmel. Will vergessen was war. Will vergessen die Tränen von Mutter. Das Blut, was geflossen ist nachts. Will vergessen die Not in das Kokain. Tod durch die Kugel. Selten so schön das Wort Kokain gesungen wird. Ja, wir in diesem Fall. Wir vergessen was war. Will vergessen die Tränen von Mutter. Das Blut, was geflossen ist nachts. Will vergessen die Not in das Kokain. Tod durch die Kugel. Oder hinterherter Kusen. Für die Familie. Ich sterbe für sie. Ich töte für sie. Bitte Allah vergib mir. Ich schraube für sie. Lachen kommt wie sie nie. Aber Wallah muss riskieren. Bitte hab keine Angst, wenn sie kommen. Die Tür eintreten. Mama. Bruder, pass auf dich auf. Denn der Schlechtdart will deine Seele. Wallah. Mit 5 ohne Vater. Mit 10 Nase voll Großtealer. Mit 18. Mit 20 Jahren das erste Mal Schüsse gefallen. Für Lila ne Batten. Hol mir alles. Für die Familie. Export den an. Red nicht. Mach es zuerst. Hast du nix an Gras vom Sex zu Lila. Willkommen in der Mitte. Willkommen in der Mitte. Die Kirche sich da mit Neiden verdenkt. Willkommen in der Mitte. Bruder. Ja ne. Leute, Leute. Wir kommen einfach von links. Wir haben einfach eine richtige Hymne gemacht. Danke Bruder, danke Bruder. Wir sind durch die Decke gegangen. Genau das. Bruder, ich hab Fressnächt, Bruder. Ja, ja. Ich hab einfach noch nicht gezogen, Bruder. Wie du gesagt hast, Digga. Wir kamen einfach aus dem Nichts. Boom. Danke an 16 Baus für die leckeren Trauben. Weintrauben. Die heißen Weintrauben. Vielen Dank für die leckeren Weintrauben von 16 Baus. Die schmecken noch extra. Die schmecken noch extra besser. Bruder, glaubst du mir, ich sehe hier die ganze Zeit das Ding, ne? Ich denke, das ist die ganze Zeit nass. So, ich will den Joint ausmachen, Bruder. Ich behalte ihn. Der klebt in meine Hand, Bruder. Ich werde ihn mal ablegen. Tschö, mal kurz Wasser trinken. Ja, aber das geht nicht hier, Digga. Bruder. Wir haben auch keinen vernünftigen Aschenbecher weiter. Oh. Das ist nicht so schlimm. Bruder, willst du Wasser trinken hier? Nein, Bruder, ich hab doch hier einen. Alle haben Wasser. Gut, das ist wichtig. Wasser. Gibt es was Neues von dir? Genau. Bruder, jetzt momentan gar nichts aufgenommen. Ich bin noch in der Schreibphase, Digga. Oh, ja. Alles am Schreiben, Schreiben, Schreiben. Alles so, mal wichtig, dass wir das hier mitbekommen, ne? Die Sache, du weißt noch, wie es ist, Digga. Nach der EP, so. Und jetzt nach Fastlife haben wir erstmal die ganzen Kontakte gesammelt. Ja. Weißt du, wie es ist? Jetzt erstmal Business machen. Wenn du die ganze Zeit unterwegs bist, Digga, dann kommst du nicht dazu, Digga. Ja. Okay, wecker. Bist du nochmal auf seiner EP drauf? Gibt es noch einen weiteren Song von euch beiden da drauf? Nein, gar nicht. Nein, Bruder. Das heben wir uns alles auf, Bruder, für die nächsten Projekte? Für die nächsten Projekte. Aber wenn du direkt die Karten auf dem Tisch legst, dann war es das schon. Alles auf Locker, Digga. Wir haben Zeit. Zeig mal noch einen letzten von der EP. Hast du noch wen anders auf der EP drauf? Wir haben Nash noch. Wir haben Nash noch drauf. Wer ist Nash? Unser Bruder, der auch bei KMN ist. Und viele Grüße an dieser Stelle, Bruder, jetzt. Grüße an Ali, meinen Bruder. Und Nash wird auf jeden Fall auch kommen. Mit einem Projekt. War am nächsten. Ja, genau. Dazu wollen wir jetzt gerade noch nicht so viel verraten. Er ist der dritte in der Crew oder was? Da kommt noch einer, Bruder. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Zeig mal dir doch. Zeig mal, Bruder, auf dem Feature. Wie heißt der Song, Bruder? Meister-Juda. 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 Mike-Juda. Ja, Alter. Hammerharte Scheiße, Bruder. Ich bin auf jeden Fall von High. Bruder, ich bin... Bruder, ich bin... Du erzählst mir mal von High, Bruder. Ich suche gerade mein Leben irgendwo. Ich suche hier gerade irgendwie nach Luft, Bruder. Nach Luft. Bruder, Luft. Komm, einmal für dich. Bruder, hast du die... Ich küsse deine Augen, Alter. Danke, Bruder. Bruder, er hat Joker. Ja, aber das war's mit Joker. Gib ihn! Nech! A-Z! Fast Life, Baby! Salam! 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 Hoja! Get the G's in the bands! Salam ya hoja! Ich sitze VIP-Bereich und trinke Soda! Meine Gang is fresh! Fresh wie Nikola! Mein Cash is cool! Mein Dope is cool! Wie Meister Yoda! Salam! 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 Heuer! Pack die Packs in den AMG! Ich leb und sterb als Dealer! Schnelles Geld! Schnelles Leben! Schnell gelernt wie das Business läuft! Ein Dealer zieht niemals sein Zeug! Ey! Geld kommt und Geld geht! Aber wenn Geld geht dann machsch neues easy! Salam! 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 Hände weg von meinen Pans! Du denkst du fährst so ein selber! Doch in meinen steckt noch Kokain im Wert von drei Benzer! Ja! Willkommen im Milieu! Meine Art 9mm! Ja! Willkommen im Milieu! Essen halal! Leben illegal! Schieben Filme für sieben Mülle! Gibt es Menschen die killen! Drücken Abkommen von hinten! Klick! Klack! Bang! In den Rücken für Geld denn die Hemmschwellen sinken! Vollzeit Bandit! Vollzeit Bandit! Auf Adrenalin! Auf Adrenalin! Tonnen verdient! Und Amphetamin! Auf Adrenalin! Get the G's in den Benz! Salam! Yahoyah! Ich sitze im VIP-Bereich und trinke... Ja, Bruder! Ja, Nash! Ja, Bruder! Nash, come and baby! Du siehst! Bruder! Zeig mal was von dir, Digga! Digga, ich zeig dir jetzt mal... Ich zeig dir nichts von mir. Ich zeig dir was von einem anderen Typen, den ich entdeckt habe. Ja? Das ist ein Typ. Sein Name ist Cez. Cez! C-E und ein Dollar-Sane. Ah, okay. Cez! Cool, woher kommt der? Er kommt aus Dortmund. Aus Dortmund? Okay. Beziehungsweise aus Italien. Digga, hast du mir den nicht schon mal gezeigt? Ich glaube, das kann sein, dass ich dir das gezeigt habe. Aber ich glaube, ich hab dir... Ah, genau! Ich hab dir das Video gezeigt, wo der bei uns aufgetreten ist. Killer, Bruder! Lass mal hören! Digga, der hat einen Song, der heißt Meine Bratellos. Ist ein Italiener, ja? Ja. Das ist echt Underground-Shit. Das kennt fast keiner so. Das hat sie so. Mach auf die. Ja, ich weiß nicht, ja. Lass dich auf die Macht. Ja, ja, ja. Du bist ein. Wo ist Bratellos? Für meine Bratellos! Meine Bratellos! Ja, 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 ja. Machst du die Bratellos? Für meine Bratellos! Meine Bratellos! Meine Bratellos! Das ist die Bassline, Digga. Killer, Alter, Killer. Das Borseur? Zein Name ist das, Zein. Ich zein. Ich bin der Welt, der Italien Ich bin der Hauffel, Korleano, die Mafia Import, Kokain, Export, Marihuana Brille, Katia, Zoviton und Montana Altamoda, Zovit Dolce Gabbana Natürlich, Entertainer, Al Pacino Natürlich, Mafia Film, Tarantino Mauremos soda, Heistiga Fijiwater Kickin' Rhyme Street, Costa La Familie, Cosa Nosta Mach sie alle, Mach Meine Bratelos Ja, ja Meine Bratelos Für meine Bratelos Meine Bratelos Ja, ja Für meine Bratelos Für meine Bratelos Meine Bratelos Verrückter Typ, oder? Verrückter Dude, Digga Verrückter Führer, korrekt Der ist auch so komplett fashion orientiert Ja? Super stylisch gekleidet Italiener, Alter Ja, der hat solche Hände und richtig Italiener Auf seinen Italo-Film Killer, Bruder Tätowiert, kaputter Typ Hör dich gut an, Digga Ich bin gespannt, was von dem noch so kommt, Digga Der hat viel vor, Mann Der erste Italiener überhaupt, der so auf diesem Style bringt, ne? Ich hab auf jeden Fall keinen, so der einzige Italiener, der sonst irgendwie im Game am Start ist oder Halbitaliener als Raff. Aber der macht ja, dass der nicht so den Italiener raushängt die ganze Zeit. Ja, Killer, Digga. Killer, Alter. Ich hab von mir... Bruder! Ich hab alles, was ich habe, kennt dich schon. Bruder, was macht ihr mit mir, Digga? Ja. Ja, Bruder. Habt ihr Beats dabei? Ja, Bruder. Wollen wir live gehen und rappen? Können wir machen, Bruder. Können wir machen, Bruder. Okay, so. Ich geh jetzt live, ja? Okay, los geht's. Alles klar, Babys. Wir sind wieder in der Hotbox. Wir sind wieder in der Hotbox, ich kann schon gar nicht mehr reden. Ich hab zwei sehr interessante Gäste hier am Start. Und zwar Mr. AZ. Was geht ab, was geht ab, wir sind hier die Aliens. Äh, aus den Leuten. Wir sehen Überleuchtung. AZ, Suna, Fastlife kommt am sechsten, nein, nicht am sechsten, am dritten, sechsten, 2000 und... Was haben wir für ein Jahr, Bruder? Sechzehn. Sechzehn, sechzehn! Und auf jeden Fall, wir sind hier am Start. Das ist fast die Hotbox. Zuna, was geht ab? Alle, die haben uns gefickt mit dieser Hotbox. Gefickt! Die Löwe knapp. Jeder will ein Teil vom Kuchen, doch wird nicht satt. Entweder sterb ich durch die Kugel oder bin im Knast. Das geht ab, meine Enemies. Meine Enemies. Die Löwe knapp. Jeder will ein Teil vom Kuchen, doch wird nicht satt. Entweder sterb ich durch die Kugel oder bin im Knast. Das geht ab, meine Enemies. Meine Enemies. Das geht ab, meine Enemies. Stein oder Pies, reines Kokain. Schnelles Geld, ich hab Appetit. Raubüberfall mit Abedin. Multivitamin. Auf der Waage, ich träg die Chemie. Streetlife, KMN, Dresden City. Hier lassen wir die AK reden, DG. Sag, sag, wer will Stress mit den Jungs? Albana, Marokkaner stetschen zu. Die Hemmschwelle sinkt am Existenzminimum. Auf Duldom ohne Aufenthaltsbevelikon. An jeder Ecke wird gedealt. Wir kommen auf dem Kriegsgebiet. Die Herzen sind noch dein, Ache. Wir waren nicht reich, Ache. Doch es wird zeitlach, Ache. Ich bin Hai, Ache. Hai, Ache. Bist du geht nicht? Killer. Was kam jetzt? Bam! Für die Familie, Alter. Bruder, ich spinn, Alter. Jungs, habt ihr einen Beat? Ihr habt mich kaputt gemacht, Bruder. Haben wir einen Beat, Bruder? Hast du einen Beat? Bruder, wir haben den Beat. Wer hat Bock? Wer hat Bock? Deine EP kommt raus, wann? Am 3.6. Bestellt euch das alle vor bei iTunes, Amazon, Amazon, MP3 und Google Play. Ja, Mann. Yeah, 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 yeah. Mit Marvin Games, unserem Bruder. Auf jeden Fall heute mehrere Games. Games, Bruder. Boah, Digga, hörst du diesen Beat? Marvin Games, okay. Marvin Games, Marvin Games. Hey, glaubst du wie du lachst? Ich musste auch lachen. Aber erst hab ich gecheckt, wieso. Gib ihn. Hamburg City, Dresden City. Streik Kokain, Pussy. Oder ein Mann, der sich nicht sein Brot wegnehmen lässt. Rennen oder schießt. Hände zittern am Ende. Sammeln Projektile verboten, wenn Jungs kommen. Armut 95 Prozent, deshalb drücken Jungs. Donnen, Brüder, gehen rein, raus. Kreislauf, der Teufel will Krieg. Manche bleiben drin, LLSV. Mutter gefickt vom Teufel auf Klin. Ketten an Beine, Einzeltransport. Gerichte entscheiden, 13er fort. Mutter am Weinen, Vater ist tot. Kein, der dich leitet, Satan im Ohr. Kokain. Kokain, Kokain. Kokain, Kokain. Kokain, Kokain. Okay, Digga, reichen die Leute, ja. 2016, dritter, sechster. Fastlife, AZ. Check Zuna, check zu die Familie. Bang, bang. Hochbox, 16 Mal, Digga. Ich kann nicht mehr sprechen. Boah, Melka. Ist egal, Luft mehr, Bruder. Wir reden noch zwei, drei Sachen kurz. Bruder, ich hab mir jetzt, jetzt mittlerweile denk ich mir, Fick, Mutter, Digga, ich rauch den. Entweder der Joint oder ich. Entweder der Joint oder ich. Geht raus aus dem Auto. Weiß das, Schwein, Alter. Entweder nimmst du Zuna mit nach Dresden, Bruder. Oder den Joint. Einer von uns, einer. Apropos Dresden. Ja, Bruder. Ihr seid schon ein bisschen die einzigen Kanaks in Dresden, oder? Bruder, wir sind in der Stadt 20 Kanaken, Bruder. Wir sind die einzigen Ausländer in Dresden, Bruder. Nein, Spaß. Nein, Digga. Nein, aber ohne Spaß, früher war das wirklich so, Digga. Ich war ja ein paar Mal da jetzt. Bruder, ich hab's mir einfach so bequem wie möglich gemacht. Hast du gemerkt gerade? Nein, meinst du? Alles gut gemacht. Alles gut gemacht. Ich muss gar nicht sagen, ich geb einfach Fick, Bruder. Ich nehm die zu mir, Alter. Krass, Bruder, krass. Kriegt ihr irgendwas mit von der Veränderung in Dresden gerade? Bruder, ich sag dir ehrlich, wir haben vorhin noch drüber geredet. Die Sache ist, Dresden hat sich jetzt schon verändert, so. Aber wir sehen das so zum Positiven, so. Früher war es viel schlimmer, so. So, was die Leute sagen, so wegen Pegida hin oder her, so. Weißt du, was ich meine? Das ist für uns, also, für uns hat sich das einfach ins Positive verändert, so. Weil früher war es viel schlimmer. Ich war mit einem anderen Bruder von uns die einzigen zwei Ausländer auf der Schule gewesen, so. Weißt du, was ich meine? Da hat dieser, in Anführungszeichen, Rassismus, wie die das sagen, so, der hat schon ganz woanders angefangen, so. Der hat schon in der Schule angefangen, so. Weißt du, was ich meine? So, und damals haben die das noch sehr öffentlich gezeigt, so. Die haben die das wirklich, die haben die das zum Verstanden gebracht, so, dass du halt, so, dass du nicht erwünscht bist, so, weißt du. Und heutzutage, Mann, das ist alles so Multikulti geworden, so. Okay. Weil die Leute, die zu Pegida hingehen, so, diese, diese Leute, die das Ganze unterstützen, die wissen gar nicht, warum die da hingehen. Die, ohne Scheiß, so, wir wissen das Ganze genauso von, äh, irgendwie quatschen da auch so mit Leuten, bei uns in der Stadt. Und, äh, die gehen sich da hin, um, äh, die gehen da hin, um zu, äh, die gehen da hin, um zu treffen, um sich zu treffen, um zu saufen. Da gibt's so, äh, da gibt's so, äh, da gibt's so, äh, da gibt's so, äh, wie Shisha-Wagen. Man kann ein paar Kippen rauchen, ein bisschen unterhalten mit irgendjemandem. Deswegen, äh, deswegen gibt's da gar keine Rechtfertigung für die, wenn irgendwie Kameraleute und so, deswegen haben die auch gar kein Wort vor der Kamera zu reden. Die haben einfach keinen Plan, Bruder, warum die da sind. Ja, die suchen einfach irgendwas, wo sie gehören können, und da sind, ist, da finden sie so ein gemeinsamen... Zusammenhalt, so. Genau, einen Zusammenhalt im Hass. So, irgendwo, weißt du. Total unnötig. So, weißt du. Die haben, die haben nicht verstanden. Aber so, wie du, oder so, weißt du, ich meine, ich freu mich immer, wenn's regnet draußen. Warum? Die restlichen Leute, die noch da wirklich zu demonstrieren, äh, also, demonstrieren gehen. So sind die wenigstens. Fuck das Wetter wenigstens die ab. Ja im Original, wenn dort irgendwie eine Demonstration war, hat es geregnet und das ist schon cool. Das ist ein Zeichen. Wir freuen uns immer, wenn die immer schön nass werden. Aber das ist doch wirklich ein Zeichen, weißt du? Dass doch die schlechte Energie, die rausgegeben wird, kommt direkt in ihr Gesicht wieder zurück. Ja, aber mittlerweile ist es nur so Standard geworden, normal. Früher war das ein bisschen schlimm, also im Dezember, wo die schon 28.000 auf die Straße gegangen sind. Da waren schon viele, Bruder. Wir haben ja auch Geschwister, so kleine Kinder in unserer Familie. Da haben wir die nicht rausgelassen so an dem Tag, weißt du was ich meine? Für uns ist es normal so, was soll da großartig passieren, aber du musst dir vorstellen, die pushen sich dann noch gegenseitig, die haben gar keine Ahnung, was sie für einen Hass haben überhaupt und dann pushen die sich gegenseitig noch, dann finden die irgendeinen Sündenbox, wo die hetzen können, dann pushen die sich und dann gehen die drauf. Das ist auch wirklich passiert bei uns in der Stadt damals, wo da, keine Ahnung, 25.000 Leute waren und so. Das war ja schon eine große Demonstration jeden Montag, weißt du? Und abgefuckt sowieso für uns, weil da alles gesperrt ist, Bruder. Alles ist gesperrt, Straßenfahrt fahren, wenn du wirklich Autos kannst nicht fahren, musst du so eineinhalb Stunden warten, bis sie dann durchlaufen. Du kannst nicht vorwärts, du kommst nicht rückwärts. Du bist gezwungen, die verschwenden einfach so nebenbei deine Zeit. Die sind nur Virus, die sind ein richtiger Virus für die Welt. Die machen Leben schwer. Hört auf, dein Zug, egal. Am besten einfach weg damit und aufs Positive konzentrieren und Gutes tun für die Familie, für den Kreis. Und vor allem Wasser trinken, trink Wasser, hier. Ja, man. Trinkt Wasser und raucht keine Zigaretten. Ich glaube, wir machen auch zu, oder? Ich bin heiß, fuck. Habt ihr noch was zu erzählen? Bruder, gar nichts. Was soll ich dir erzählen, Alter? Auf jeden Fall. Ach so, Jungs? Ihr seid jetzt auch live unterwegs, bisschen mehr, wahr? Ja, Bruder. Seitdem die Leute sehen, was ihr für Smash jetzt habt. Kinderwecker, freuen wir uns auf jeden Fall, Bruder. Wir sind glücklich, so wie es gerade läuft. Dankbar und wir geben Gas, Bruder. Seid ihr auf irgendwelchen Festivals? Bruder, wir sind, warte, wie ist das, Digga? Hip-Hop-Convention. Hip-Hop-Convention sind wir auf jeden Fall da. Das ist sweet. Und jetzt müssen wir gucken, auf paar Festivals werden wir wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich Splash noch? Genau, Splash werden wir wahrscheinlich sein, aber... Wir machen Splash was, Digga. Wir werden noch mehr darüber bekannt geben, aber wir machen auf dem Zeltplatz am Samstag Nacht so ein Konzert. Ja, Killerwecker, also mit Boxen und so, ne? Ja, Digga, kommt mal da auch mit hin. Kommen wir wohl, da kommen wir gerne, Digga. Wir ziehen das groß auf in den Zeltplatz auseinander. Wann ist das? Vierter, Siebter, ne? Irgendwie sowas, ich weiß nicht genau. Aber das ist geil, wir treten auch auf auf Splash. Mit der ganzen Gang, mit der ganzen Umarady. Killerwecker. So ein geiles Slot. Komplett Killerjungs, Alter. Danke, Bruder. Kann ich nur zurückgeben. Killer. Ja, Bruder. Bim, Bam, Bo. Das war Hotbox. Mitfahren gehen. Viele Grüße an dieser Stelle noch. Und A-Ted. Und meiner Wenigkeit. Ja, 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 ja. Viele Grüße an dieser Stelle. K-Man Baby. 2016, 2017. Ehrlich. Und vielleicht auch 2018. In deinen Arsch. Für immer. Und Crisis Beats. Viele Grüße. Unser Produzent, Alter. Das ist unser Bruder, der zu uns gehört. Der auch diesen Beat gemacht hat übrigens. Zu Kokain. Das war vergessen zu sagen. Und wir sind raus. Bleibt ehrlich und gesund. 16 Bars. Ciao. 16 Bars TV heute mit Farid Bang und meiner Wenigkeit Vero. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Wie geht's super? Und dir? Man kann nicht klagen. Also morgens früh neben so jemandem wie dir zu sitzen ist natürlich schon eine große Ehre für mich.